Darauf erstmal einen kleinen Snack, ne? Wenn du dich vor Wind erschrocken hast, viel Spaß. Was? Wer hat sich vor was erschrocken? Wer hat sich vor was erschrocken? Wer hat sich vor was erschrocken? Ist ja nichts Neues mehr, ne? Cassie erschreckt sich vor ihrem eigenen Schatten in der Höhle. Genau, also braucht man nichts davon sagen? Nein. Warum rennt die Cassie hier so planlos durch die Gegend? Ich hab nur Fleisch aufgehängt. Ich denk du bist Vegetarier. Nicht gehts über nen Schönhorsenbraten. Ich bin unbewusst rückwärts in das Camp rein gefahren, ja? Das muss man erstmal schaffen. Du traust dich ja was. Gesundheit. Genau. Was macht denn der Melvin gerade? Ich wollte eigentlich Tiere jagen gehen. In der Nacht. Kannst du mit mir durch die Base rennen und Steine sammeln für mein Ofengedöns? Ja. Ja. Wer ist schon da den echt modernen Hochofen? Mhm. Bei allem du musst nicht mal ins Haus, den kannst du von draußen bauen. Kann ich? Ja, der guckt ein bisschen raus. Ach, bisschen. Kann mir mal jemand sagen, warum meine Tür manchmal aufgeht und manchmal nicht und gerade wieder hängen bleibt? Hast du nen Scheiß Boden gebaut? Nein. Warte. Ich komme mal kurz. Kann ich auch nicht. Ja, der hängt irgendwie. Das liegt an deinem Treppending hier unten. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Das liegt an deiner Treppe hier unten. Ja, ja. Ich hab ich. Das ist scheiße. Das ist halt scheiße gebaut, ne? Ich weiß. Ja, bei dir brauchen wir gar nicht erst anfangen, Teilbox. Genau. Ja. Oh. Oh. Das ist... Ja. Kann man... Kann man... Kann man... Kann man... Was machst du? Das ist kein... Das war... Soll das so sagen? Das... Wollt es so sein? Oh ne. Warte mal. Ähm. Wie willst du da hinten hinkommen? Das ist ne gute Frage. Oh. Warte. Man kann hier durch die Wände suchen. Ah. Ja. Okay. Boah. Wie praktisch. Ähm. Warum sind hier überall so viele Wagen verteilt? Das ist bisschen seltsam. Kann man dich... Kann man das nicht ernsthaft irgendwie ein bisschen besser bauen? Nein. Warum nicht? Weil das nicht mein Kraft ist. Was? 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 Du kriegst die Seitenteile nicht zu. Warum nicht? Weil das noch nie ging. So. Es fehlen nur noch 5 Stahl. Nein. Fertig. Danke. Danke dir. Bitte. Äh. Ein kleines Feuerle da rein. Oh. 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 Ich sehe nur den Schatten von dir, ne? Und das macht mich schon nervös. Seht auf nichts. Noch. So, ähm, Lagerfeuer... Lagerfeuer konnte man zerstören, oder? Weiß ich nicht. Ike! Ey, ernsthaft, ich hab ein fucking Lagerfeuer im Haus, was ich nicht zerstören kann. Oh, da muss ich irgendwann mal Dings anstellen. Gebäudeschaden. Ja, meine Treppe kannst du dann auch gleich wieder wegmachen. Oder ich, was? Ja, das kannst du dann alleine machen. Ich meine ja nur, so grundsätzlich. Aber das machen wir erst, wenn der Tag hier rum ist. Geht das? Geht das? Geht das? Nein, nein. Oh, das ist immer noch scheiße. Ähm... Ja. Oh, ne. Wer hatte das... Tja. Ach, deswegen war der... Was machst du denn? Doch, ist richtig gesetzt. Das sieht interessant aus. Sicher? Oder merkwürdig? Merkwürdig. Okay. Okay. Ich komm, du... Vermallet deiner Schrank, ey, jetzt... Hier rollt einfach der Kopf. Ja. Der rollt einfach weiter. Jo, wann rollt der? Der rollt wirklich einfach. Ich esse nur normales Menschenfleisch. Für einen... ...gesunden Schatz... ...und den... ...depressiven Tag. Stimmt, aber ich hab noch Maße. Los, Cassie. Kloppt los. Tja. Dja. also bei euch beiden stimmt definitiv irgendwas nicht das war definitiv nein ich habe mein eigenes fleisch im haus ist mir egal das was du einfach was willst du hier drinne kassi ich rede mit dir keine sorge ich vertraue kassi nicht die klaut moin alka ist alkohol hier fehlst du hier drinnen vor allem dank kassi habe ich über die hälfte des lebens verloren ach das habe ich davon sperr fix was willst du mal im haus du die nur gucken wie du es gebaut hast das ist ja schon schlimm genug du bau die du 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 nacharfer schade dass es hier nicht so eine art käfig gibt den würde ich gern für kassi dann bauen ich weiß ernsthaft wer war das ich trau dir viel zu aber nicht sowas also du hast jetzt echt die liste bedacht ne aber teilweise lässt mich schon draußen sterben aber ich hätte nie gedacht dass du dich irgendwo verbarrikadierst in fremden häusern ich wollte eigentlich nur deine reaktion sehen oh ne wer war das was na so so eine art meine ich ach nö schade ich hab gegessen man hat gehört dass du was gegessen hast da war dein Mund voll oh man jetzt klaut er mir das holz was ich mir hinlege ernsthaft boah ich pack's nicht davon klau ich jetzt draußen weiter das holz ist gut so auch schon nicht oh Gott mann diese dinge warum existieren die überhaupt diese frage klärt sich wenn wir weiterspielen ja ich weiß schon warum aber warum hast du nie im hast du nie im hier wo dir aufgepasst? hihihi hihihi Looks mae finally lasst uns mh twitter fifa sMaster äh hihihi hihihi scheiße scheiße Könnte mal jemand bitte ganz schnell das Tor hier aufmachen, komm, irgendwie, bitte! Oh Tyrox, komm, hier draußen rennt Fieschzeug rum und ich krieg Schaden, ey, ich krieg Schaden, danke! Oh, das ist doch nicht der ihr Ernst, oder? Ey, hier, ey, das ist doch, nee, das ist echt nicht mehr, aber das sieht scheiße aus. Echt? Nee. Wer hat hier denn schon ein ganzes Haus eingerichtet? Ich bin noch Goni eingerichtet, ich fang jetzt mit der Einrichtung an, ja? So, meine Tür geht auch nicht mehr zu. Das ist gerne ein Haus, wo ich rein kann, wenn da diese Teile sind. Irgendeiner hat meine Tür festgepackt. Ja. 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 Ja, ich kann nichts machen, denn meine Tür ist festgepackt. Äh, ja, nicht öffnen. Ich auch. Doch! Einfach nur aus, 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 aus Boshaftigkeit jetzt. Oh, Ecke weg. Oh, warum rennt der hinter mir? Mann! Geh doch weg! Nein, nein. Hier schrubbt meine Karre um! Nein, nein. Wo ist denn? Hallo? Da sind ganz einfach, weißt du? Blute Leute, ich habe das gelächte. Blechleute. Mutanten gehen eher auf die Schlechtmütze. Brenn! Brenn! Schrubb dich um! Ne. Oh, ne. So wieder. Die Frequenz war ein bisschen zu low. Ja. Ja. Hundepfeife. Er ist tot. Mein Hund hat sich auch erschreckt, der guckt mich jetzt komisch an. Danke Cassie. Du hast mein Hund verstanden. Hä, warum kann ich den? Achso, ich hab den schon. Hier, ich müsste dann mal den Server runterfahren und Gebäudeschaden anmachen und meine Tür ist festgebackt. Das abspeichern. Normalerweise ist es bei irgendjemandem nicht festgebackt. Nein, bei mir ist es auch festgebackt. Aber ich muss auch mal die Treppe wegmachen. Bei mir liegt es nicht an der Treppe, bei mir liegt es am Rüstungsständer. Die Tür ist dahintergebackt. Das hatte ich aber auch schon mal. Kann ich das nicht? Gut, nee. Die hast du nicht abgeschlossen, oder? Nein. Also ich hab abgespeichert. Ja gut, dann... Geht mal bitte alle abspeichern. Meine Folge ist sowieso grad zu Ende. Boah. Scheiße, jetzt verschwinden aber auch die ganzen Leichen, ne? Warte, da ist eine Sekunde. Ja, ähm, verbrennt, verbrennt bitte vorher alle Leichen und holt euch die Knochen. Und dann, die spawnen, wenn ich den ausmache, den Server. Das stimmt. Okay. Deswegen verbrenne ich jetzt auch noch schnell meine 3, die ich hier hab. Oh, ich hab ne Putzfrau gefunden. Das stimmt. Das stimmt. Toll, jetzt steht mein Wagen aufm Kopf. Egal. Boah, die macht die Beine breit. Siehst du das, Cassie? Ja. Ist bereit für dich? Ja, das stimmt. Los geht's. Ja. Und dann, die Kapiire, die Kommune in den anderen. Ich habe nichts dazu. Nein, das will ich den Namen. Das ist как ein bisschen dazu. Das ist das eine neue Welge. Das ist das Sé-Best. Bis zum nächsten Mal.